Ja, der Claude ist halt, das ist so ein Lucky Luke, der schießt wild durch die Gegend. Da kommt mal der Name, dann der Name. Jetzt war halt mal meiner dabei. Ich habe eine ganz schlechte Menschenkenntnis. Ich habe Ethologie studiert, Verhaltensforschung, also mit Tieren. Frag mich was mit Mäusen, Ratten, Katzen, Hunden, kann ich dir immer eine gute Antwort geben. Bei Menschen...